ja ich brauche nur einmal dann ist der ding ist gleich voll und ich brauche nur noch 20 punkte für 400 also ich würde mal sagen wir machen dann so lange bis der was noch mal kommt oder aus meister der willst du wissen und noch ein lal ich dachte schon wo kommt der war es denn er ist ja gar nicht der war es nicht abgeben sagt den auch direkt explodieren lassen und auch noch aus meister noch einer alter und regenmann aber direkt platt gemacht Das war's für heute. Ich hätte die Tin Fernus. Aber muss ich gar nicht nutzen. Ich auch nicht, deswegen sind wir das Kleiber. Ja, ich habe das Jetpack, das ist gut. Okay, das ist gut. Okay. Jetzt kommt's. Ich hab wieder gut. Na, oh. Sehr schön. Ich gucke mal, ob ich das jetzt. Ah, hab ihn auch gekillt, komplett. Ein bisschen Zeit zusparen hier drüben. Aufpassen, das entgegnet doch nicht. So schnell kann ich doch gar nicht schießen, werfen und drehen und machen alles auf einmal. Okay, man hat das schon so schnell, wie ich kann. Nee, da muss ich weiter weg sein. Ich muss sagen, wenn man solche Leute hat, kann man das auch locker auf maximal Level spielen. Aber so viel Zeit, wie man dafür braucht. Denn auch wenn das vielleicht in weiter Ferne noch rückt, aber ich würde das ja gerne auch mal wissen, wie das ist, so auf 999 Euro hochzuspielen. Ja, ich auch. Wir müssen mal wieder... Wenn solche Leute sind... Oh, schön einfärben wir den ganzen Kram. So, letzte Runde, mal gucken, ob wir jetzt den großen kriegen. Und ich habe mal beide Ultis. Und nach unten nochmal. Ich auch. Ah, ja. Ich bin jetzt direkt wieder für Kindesquil Ufos und Raketen. Das geht ja eigentlich momentan. Ja, weil die ja gekillt werden. Und anscheinend ist es auch völlig egal, wo man die Gegner kippt, man die Leute hat mehr Wurffunktion benutzt. Ja ... Quack's ... ... ... ... Jawoll! Das fliegt einfach... ... ... Ich bin öfter gar nicht von bisher. Die Tint-Fernos waren doch auch ganz okay. Was? Fünf, vier. Einfach die ganze Zeit Schaden machen. Und? Kommt jetzt Alarm? Nee. Schade. Ach, bei der Sniper kann man so schön ausrasten, so schnell wie das geht, noch immer den Dicken mit der Bombe auf den Kopf noch wegzuschießen. Ja, ja. Joach. Ja, das ist wahr. Ist nicht mein erstes, mein Tisch. Ey, und Stufe 400. Hup, hup. Sweet, ein MET-Vertrag. Wie sagst du immer? Jetzt dampft er richtig. Es qualmt er schon richtig. So wie Snoopy. Hat es ja so geil jetzt gesagt, als er gesagt hat, so ja, er raucht nicht mehr. Und dann kam raus, dass es nur eine Werbung war wegen dem Rundschutz. Weil ich schon am Anfang, nein, ach, er doch nie. Ob sich jetzt die Mates dasselbe denken? So, oh, ehrlich mal Leute, die man vernünftig mit dem man vernünftig spielen können. Das stimmt. Nein! Ja, der eine belebte wieder, oder? Ja, alles gut. Die machen es ja auch. Okay, nicht immer. Aber ich glaube, das ist dann dasselbe, wie wenn ich die mit wiederbeleben, dass ich das, dass das einfach verpallt fehlt. Oder zu viel abgerade geht. Genau. Nein! Zwei tot. Der Hauptmeister zu Fushan haben wir da wieder überlebt. Ja, es gibt schon viel, viel mehr. Dummen Minions wurden nicht gekillt. Na ja, gut. Stefflin, er geht so drauf, das ist gut. Aber ey, wir haben genug Eier. Das war immer fies, ey. Sagt er nämlich, dass die Bombe mich nicht mehr treffen wird. Die ganzen blöden Minions müssen alle weg hier. Und ja. Na ja. Das war einfach gar nicht so. Das war ein Beißte-Ab. Das war sein Beißte-Ab. ja ja das ist war mit wie man sie mit nein danke wo wieder schnee schuh verbrannt habe ich gerade nur wieder gehört ja gut bei mir machst auch manchmal probleme aber ich habe auch eben das gefühl ich habe das probleme ich habe ja gar nicht mein wenigstens ich glaube die ulti hatten bis zum last die selbst während meiner ulti noch box boah ist das geisteskrank so eine runde alles leute erschießen so verwegen so das haben wir jetzt davon und wasser normal aber nur so eine art dämmerung oder ich sehe nichts es passiert nichts er ist schlecht bei so viel was hier abgeht nein ich habe den fernseher ausgemacht er geht nicht mehr an ich glaube das ist auch dein lieblingsmoment das war ein fliegelchen da Hausmeister? Okay, man hat ihn schon gequillt. Das ist klar. Nee, ich tu. Ich brauche noch vier Eier. Eins. Joa, passt. Ja, die sollen noch stehen. Ja, komm. Alarm! 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 Da bin ich ja jetzt mal gespannt mit den Mails. Ich hab den Schil. 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 Versuch mal hier irgendwie noch eine Tonne oder so mit zu killen. Ja. Ist die tolle mitgestorben. Deswegen. Hehe. Ja, genau. Und die Gegner lenken sich dann auch durch den Boss durch. Ey, aber noch nicht. Ja, das hat viel Schaden gemacht. Das ist sehr gut. Gott, was geht denn hier drüben ab? Und hier ist ein Hausmeister und fliegen. Ach, Quatsch. Zwei Strahlenmänner und ein Dicker. Ja, das frage ich mir nicht. Ja, das frage ich mir nicht. Na gut. Vielleicht kann er ja den Hausmeister mit killen. Ja, hat er sogar. Waren wir mal weg. Hier machen. Na, kommt direkt noch einer. Kommt aber direkt weg. Ja, natürlich. Ich hab leider ein bisschen wenig Schaden. Kommt rüber hinter dir. Okay. Oi, oi, oi. Oh, wir ziehen noch Damage. Na, schade. Oh, schade. Hätte er uns noch zwei Sekunden gegeben. Boah. Na, ich weiß nicht, wer gestorben ist. Ich glaub, dann hätten wir's geschafft mit dem bisschen Schaden auch gerade. Egal. Ja. Boah. Ja, sollen wir aufhören? 460. Ja. Verdammt. Ja. Super Abschluss. 420 hab ich. Da hatte ich schon 420 auf der Map. Ich hab jetzt auch nicht die Nachricht gesehen, dass ich eine Abzeit bekommen hab. Oder krieg ich das jetzt gleich? Oder hatte ich das schon nicht gesehen? Hm. Doch, kann sein. Weil, hast du heute mit 200 angefangen? Nee. Ja? Weiß ich gar nicht. Kann sein. Ja gut, das kann sein. Ja gut, okay, dann ergibt das Sinn. Ja egal. Warte mal, ich guck mal. Das müsste mir ja theoretisch dann im Menü gezeigt werden. Jo. Astro-Panzer hatte ich vorher mit schneller Ulti und dreimal denselben Effekt mit dieser Sprungkraft. Alles dasselbe hab ich durch auch gezogen. Weißt, was ich jetzt einfach krieg? Astro-Panzer mit schnellerer Regeneration und dreimal Tintentank. Äh, größerer Tintentank. Also Hauptwaffenverbrauch-Dings. Also wieder dreimal denselben Effekt so. Ja, dann nehm ich doch den neuen, ne? Der ist ja besser als die Sprungkraft-Scheiß. Sprungkraft nehmen? Ist sowieso völliger Unsinn der Effekt. Hammer. Hm. Ja. Das Metfest war gestern vielleicht noch ein bisschen stressiger, aber heute hat's ja nochmal so eine kleine Abrundung bekommen. Ja, und dann noch zum Schluss hier ein bisschen Salmon. Also... Also ich fand's super. So, genau. Ich guck mal ganz kurz, ob ich denn... Seh ich das denn nochmal? Äh... Ne, dann würde ich mir... Ne, hab... Dann hatte ich das schon. Wo ist... Sind die Abzeichen? Wasserkraftwerk... Ist das Wasserkraftwerk? Ne, doch. Wie heißt die Map denn? Räucherwerk? Ne, Räucher... Bin ich jetzt... Bin ich jetzt... Doch, Räucherwerk heißt die Map. Ja, vielleicht... Ich glaub ich... Vielleicht bin ich einfach wieder verpeilt. Ja, weil ich hab Abzeichen für, äh... Fort Nautilux. Doch, Räucher... Hier ist ja Räucherwerk. Das hab ich sogar auf Silber. Ja, kann sein, dass wir das das eine Mal mit, äh... Chaos zusammen gespielt haben, weil ich hab das auch auf 600. Ist ja egal, das ist ja wieder höher. Hm... Und hat ja eh Bock gemacht. Hm... Immer einen neuen Banner. Boah, dann hol ich mich noch kurz. Ich hab wieder ganz viele neue Effekte. Sag ich doch, sag ich doch. Alleine dafür lohnt sich das ja immer wieder. So. Immer ein Titel. So. Wieriges Süppchen. Gieriges Süppchen. Ja, dann würde ich sagen, dann... Hätte ich auch hier alles Splatoon. Oh, aber es hat echt Bock gemacht. Also, ich mag auch die Musik am zweiten Tag total gerne. Und, ähm... Ja. Deswegen. Die abdancen. Ja. Wenn wir dann erstmal Splatoon, ne, Semrio? Ja. 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 Ja, ne, also... Dafür, dass man eigentlich, ähm... Mit einer weniger positiven Einstellung ins Spiel gegangen ist, hat's dann doch wieder Bock gemacht, muss ich sagen. Ja, das ist doch das Wichtigste. Ja. Mal gucken wir mal, wie die Tage kommen. Ging erst mit Mülllabern an. Ja. Und dann ging das Gameplay auch besser ab. Irgendwie. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Das stimmt. Ja, so seh ich das auch. Und dann würde ich sagen... Schauen wir mal, äh, wann's weitergeht, ne? Also, auf jeden Fall die Ergebnisse. Und bestimmt haben wir sowieso eben wieder verloren. Naja. So, das war's mit Splatoon, Leute. Und dann gucken wir, was es jetzt noch gibt. Ja. Das war's mit Naja. Ja. Na la meditation, dass du uns herumstabelt hast, was du bist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017